Da kann man jetzt sagen, was man möchte, aber im letzten Jahr und scheinbar wird es in diesem Jahr auch wieder ganz genauso sein, so sieht es zum aktuellen Zeitpunkt aus, haben wir wirklich hier auf diesem Kanal jeden Tag mehr als genug zu erzählen. Allein die Lufthansa Group liefert uns so wahnsinnig viele Themen, weil da im Moment auch einfach wahnsinnig viel passiert. Auf der einen Seite ist das so, weil sie natürlich großes Vorhaben, auf der anderen Seite haben sich in vergleichsweise kurzer Zeit aber auch recht große Chancen ergeben. Und auf diese Chancen und die damit verbundenen Möglichkeiten am Markt hat man innerhalb der Lufthansa Group in den letzten Monaten immer sehr schnell reagiert, ab und zu vielleicht auch mal etwas zu schnell. Wer weiß, wie das jetzt wieder sein wird, wir haben in den letzten Wochen noch wild darüber diskutiert, jetzt wissen wir mittlerweile, Lufthansa holt die Eurowings Langstrecke tatsächlich auch nach Frankfurt und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe es geht euch gut. Wenn man mal ganz kurz darüber nachdenkt, dann ist diese ganze Thematik mit der Eurowings Langstrecke, das ist doch noch gar nicht so lange her, dass man das so als kleines Experiment nebenbei ein bisschen belächelt hat. Denn Low-Cost Langstrecke oder günstig Langstrecke, das hatte man noch gar nicht so richtig auf dem Zettel. Da gab es so Norwegian, die haben Europa mit Nordamerika verbunden für unter 200 Euro das Ticket und gefühlt etwas exotische Fluggesellschaften wie jetzt beispielsweise Scoot in Berlin, die hatten wir hier auch noch nicht gesehen. Also Eurowings begann mit ihrer Langstrecke ab Köln-Bonn im November 2015, ist also wirklich noch nicht so wahnsinnig lange her, mit gebrauchtem Airbus A330. Und dann dauerte es wirklich nicht lange, da war das Geschrei schon groß. Es gab massive Verspätung, verärgerte Passagiere und technisch scheinbar nicht ganz einwandfrei laufende Maschinen. Die Bilanz der ersten beiden Monate in Köln-Bonn sah folgendermaßen aus. 31 der 126 durchgeführten Langstreckenflüge der Eurowings waren mindestens 60 Minuten verspätet. Zur Zeit rund um Weihnachten und Silvester waren es dann 18 von 48 Maschinen, auf die genau das zutraf, das ist mehr als ein Drittel. Und diese Flugzeuge waren im Schnitt mehr als 8 Stunden verspätet. Das wirkte nach außen hin natürlich auf der einen Seite super unprofessionell, auf der anderen Seite war das ja aber auch absolut gefundenes Fressen für alle Fluggastrechte-Portale. Die bekamen dadurch erstmal so einen richtigen Aufschwung. Hat man dann im Internet beispielsweise einfach nach irgendeiner Eurowings-Flugnummer gesucht, dann hat man verschiedenste Angebote gefunden, wo Internetseiten, wo diese Fluggastrechte-Portale dann einem sogar auf die Minute genau gezeigt haben, wie sehr dieser Flug dann letztendlich verspätet war und welche Entschädigung man dafür jetzt einfordern könnte. Für Eurowings genauso wie natürlich für jede andere Fluggesellschaft auch, vor allem für die Fluggesellschaften, denen es im vergangenen Sommer nicht so wahnsinnig gut ging, können diese sogenannten 3-Stunden-Delays und die damit verbundenen Entschädigungszahlungen für die Passagiere schnell mal existenzbedrohend werden. Und da hilft es natürlich, wenn man einen starken Partner im Rücken hat, der einem die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen kann und einem einfach so ein bisschen Deckung geben kann, um die schwierige Anfangsphase ohne jegliche Reserveflugzeuge mal eben so zu überstehen. Und das hat die Eurowings mit der Lufthansa natürlich. Da hat man nämlich bei der Muttergesellschaft mittlerweile ganz genaue Vorstellungen von dem, was die Eurowings sein kann und was sie in Zukunft auch sein soll. Und das sieht irgendwie auch gar nicht mehr so sehr nach Low-Cost-Anbieter aus. Man spricht mittlerweile von einem 1 zu 1 mit der Lufthansa vergleichbaren Produkt, was es bald bei der Günstig-Tochter geben soll, aber dazu gleich nochmal mehr. Nach der Eurowings-Pleite konzentrierte sich die Eurowings-Langstrecke innerhalb kürzester Zeit dann auf den Flughafen Düsseldorf. Dort wurde von einem Tag auf den nächsten wahnsinnig viel Platz freigemacht und dieser Platz wollte jetzt wieder gefüllt werden. Ist also eine riesige Chance gewesen für die Lufthansa-Tochter, aber da müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden, das wissen wir alle. Es war eine riesige Chance auf ein ganz, ganz großes Stück vom Kuchen. Und dann, siehe da, im Sommer 2018 gab es dann schon über 250 tägliche Flüge der Eurowings von Düsseldorf aus. Dazu hatte die Fluggesellschaft mittlerweile auf der Langstrecke sieben A330-200, alle betrieben von SunExpress. Dazu kommen noch zwei weitere A330-300, also die längere Variante des A330, betrieben durch Brussels. Und zwei A340-300, ebenfalls betrieben durch Brussels. Letztere verlassen die Flotte der Eurowings jetzt allerdings schon noch in diesem Jahr und werden dann durch drei weitere A330-300 der Lufthansa ersetzt, die dann wiederum auch von Brussels betrieben werden. Und soweit ich weiß, soll dann in naher Zukunft sogar noch ein Vierter dazu kommen. Also man möchte hier, was die Kapazitäten angeht, auf jeden Fall noch weiter expandieren. Gleichzeitig aber die Flotte harmonisieren auf den Typen A330. Diese Maschinen bekommen dann auch alle die Eurowings Biz-Class, also die Business-Class der Eurowings und das ist schlicht und einfach ein Lufthansa-Produkt, das in Düsseldorf ganz gut anzukommen scheint. Tja, und dass die Eurowings-Langstrecke jetzt auch mal irgendwann nach Frankfurt kommen könnte, das steht schon sehr lange im Raum. Der Aufbau einer Basis für Langstreckenmaschinen der Eurowings am Flughafen Düsseldorf, der hatte aber höchstwahrscheinlich erstmal eine sehr viel höhere Priorität, als dass man irgendwie Eurowings-Flugzeuge jetzt auch am Flughafen Frankfurt platzieren könnte. Denn hätte man am Flughafen Düsseldorf nicht so schnell reagiert auf die Entwicklung am Markt, heißt auf das Verschwinden der Air Berlin, dann hätte man auch einfach nicht so viel Platz an diesem Flughafen bekommen, nicht so viele Kapazitäten an diesem Airport übernehmen können. Dazu kommt aber natürlich auch, dass die Bedingungen für das Platzieren der Langstreckenmaschinen am Flughafen Düsseldorf beziehungsweise die Bedingungen für einen weiteren Ausbau der Eurowings-Langstrecke einfach sehr, sehr gut waren, durch die Air Berlin-Pleite natürlich. Denn der Flughafen Düsseldorf musste jetzt seine Slots, am liebsten Langstrecken, auch wieder vergeben und soll Eurowings dafür sogar Geld bezahlt haben. Prämien und Zuschüsse für neue Fluggesellschaften, die von einem Flughafen aus neue Destinationen anbieten, das ist natürlich nichts Unübliches. Aber hier soll es wohl bis zu 10 Euro für jeden zusätzlichen interkontinentalen Passagier gegeben haben und bis zu 6 Euro für jeden neuen Umsteigepassagier. Und das ist doch ein Riesenargument. Und das dafür, dass man an einem Flughafen sich platziert, der sowieso ein sehr viel höheres Potenzial bietet durch die Air Berlin-Pleite als der Flughafen, wo man aktuell zu Hause ist. Und das war ja der Flughafen Köln-Bonn. Da zieht man doch liebend gerne um und am besten auch lieber heute als morgen. Und wenn man sich dann auch noch beeilt am Flughafen Düsseldorf, dann ist man ja sogar nach der Air Berlin-Pleite nahezu konkurrenzlos auf der Langstrecke von diesem Flughafen aus. Zumindest was touristische Ziele angeht. Ja, dann ist natürlich völlig klar, dass man gar keine Zeit hat und gar keine Kapazitäten hat, um sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, ob man jetzt eventuell auch mal ein Eurowings-Langstreckenflugzeug am Lufthansa-Heimatflughafen Frankfurt platzieren könnte und eventuell von dort aus Low-Cost-Langstrecke anbieten könnte. Denn die Bedingungen, gerade für eine Low-Cost-Fluggesellschaft, sind am Frankfurter Flughafen zu dem Zeitpunkt einfach nicht so gut gewesen wie am Flughafen Düsseldorf. Da konnte man einfach sehr viel mehr rausholen. Aber das ist jetzt natürlich auch alles sehr dynamisch. Wir haben jetzt geklärt, dass die Konzentration der Eurowings-Langstrecke auf dem Flughafen Düsseldorf in den letzten Monaten sehr sinnvoll und auch sehr nachvollziehbar ist und war. Aber gut, das hat man sich ja jetzt gesichert. Über 40% Marktanteil hat Eurowings am Flughafen Düsseldorf. Und dieser Marktanteil, der verschwindet selbstverständlich jetzt auch nicht mit der Entscheidung, auch Eurowings-Langstreckenmaschinen in Frankfurt zu platzieren. Es war nur wichtig, in Düsseldorf zur richtigen Zeit einen Fuß in die Tür zu kriegen. In Anführungszeichen Hindernisse, die immer wieder in Bezug auf die Low-Cost-Langstrecke am Frankfurter Flughafen genannt wurden, wie beispielsweise hohe Kosten, die lassen sich jetzt auch von einer Eurowings-Lort nicht umgehen. Denn auch wenn Eurowings eine neue Fluggesellschaft am Frankfurter Flughafen ist, vielleicht erinnert ihr euch da noch an dieses Riesenstreitthema, was es gab mit den Rabatten für Ryanair, weil Ryanair ja auch eine neue Fluggesellschaft am Frankfurter Flughafen war und dort eine riesige Basis aufgebaut hat, heißt die konnten auch riesige Rabatte absahnen. Diese Rabatte bekommt Eurowings nicht. So wurde das zumindest nach außen kommuniziert, denn Eurowings ist zwar eine neue Fluggesellschaft am Frankfurter Flughafen, bringt aber keine neuen Strecken an den Airport. Denn die Ziele, die Eurowings jetzt angekündigt hat für den Winterflugplan 2019-2020, das sind Verbindungen, die jetzt von Frankfurt aus schon von der deutschen Ferienfluggesellschaft Condor bedient werden. Die Eurowings-Langstrecke vom Frankfurter Flughafen beginnt also ab Herbst 2019 mit den Zielen Windhoek in Namibia, Barbados und Mauritius. Und das sind alles drei Ziele, die vom Frankfurter Flughafen aktuell schon bedient werden. In der gestern veröffentlichten Lufthansa-Mitteilung zu diesem Thema ist außerdem die Rede von weiteren Zielen, die sich zum aktuellen Zeitpunkt noch in Planung befinden. Gleichzeitig möchte man dann mit der Eurowings-Langstrecke auch am Flughafen München ausbauen. Das hat ja im letzten Jahr scheinbar nicht ganz so gut geklappt, auch da hat man einfach auf die Marktsituation reagiert, indem man die Eurowings-Flugzeuge dahin gesetzt hat, wo kurz zuvor noch Condor-Maschinen geflogen sind. Condor hat einige Strecken in München aufgegeben, Eurowings hat sich sofort auf diese Strecken draufgesetzt. Dann hatte man kurz darauf das Angebot in München auch wieder ein Stück zurückgefahren. Jetzt, wo man scheinbar in Anführungszeichen die Kapazitäten über hat, kann man auch hier am Flughafen München wieder expandieren. Und dafür macht man jetzt folgendes. Man zieht den Airbus A330-200, also die Maschinen, die von Sun Express betrieben werden, die zieht man jetzt vom Flughafen Düsseldorf ab und verteilt sie dann auf die Standorte Frankfurt und München. Gleichzeitig vernachlässigt man den Düsseldorfer Flughafen aber natürlich nicht wirklich, sondern man platziert dort den scheinbar dort gut funktionierenden A330-300 von Brussels betrieben mit der Eurowings-Business-Class. So wird dann die Eurowings-Langstreckenflotte am Flughafen Düsseldorf deutlich harmonischer. Gleichzeitig kann man in Frankfurt und in München etwas aufbauen, ohne den Flughafen Düsseldorf links liegen zu lassen. Und deswegen reagiert der Flughafen Düsseldorf auch recht gelassen auf die aktuelle Entwicklung. Man kann einfach davon ausgehen, dass Eurowings dahin gekommen ist, um zu bleiben. Warum jetzt aber der Standort Frankfurt? Lufthansa ist damit als Lufthansa Group von ihrem Heimatflughafen aus wieder sehr viel breiter aufgestellt. Eurowings ist jetzt quasi auf der Langstrecke die moderne und wahrscheinlich auch deutlich angenehmere Version dieses ganzen Jump-Projektes mit den A340 der Cityline, die vor einigen Monaten noch Leute von Frankfurt aus unter Lufthansa-Flugnummer in den Urlaub gebracht haben. Gleichzeitig dürfte damit der Grundstein dafür gelegt sein, dass Lufthansa von ihrem Heimatflughafen aus jetzt wieder im großen Stile in touristische Verbindung einsteigt. Das hatten sie vor einigen Jahren mit ihrer Condor gemacht, in Anführungszeichen. Heute machen sie das mit ihrer Eurowings und inwiefern das jetzt mit dem Verkauf der Thomas Cook Fluggesellschaften und damit auch mit dem Verkauf der deutschen Ferienfluggesellschaft Condor zusammenhängt, ist für uns jetzt wirklich schwer nachzupraut ziehen oder gar nicht erkennbar. Man kann aber sicherlich davon ausgehen, dass da im Hintergrund schon sehr interessante Gespräche gelaufen sind und auch in naher Zukunft noch sehr interessante Gespräche laufen werden. Und eventuell kann man diese Entscheidung, den Eurowings A330 da jetzt am Frankfurter Flughafen zu platzieren und ihnen dann auch genau diese Flugziele bedienen zu lassen. Eventuell kann man das schon mal als Hinweis darauf verstehen, was da in naher Zukunft noch kommen wird. Aber das wissen wir tatsächlich einfach nicht. Abschließend bleibt uns dann gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen. Es ist höchst interessant, was Eurowings mit ihrer Langstrecke in den letzten drei, dreieinhalb Jahren angestellt hat. Man hat höchst flexibel auf den Markt reagiert und hat sich damit in eine Position gebracht, aus der man den Markt mitbestimmen kann. Die ganzen schnellen Veränderungen bei Eurowings, egal ob auf der Langstrecke oder auf der Kurzstrecke und die damit einhergehenden Veränderungen, die gehen sicherlich oft noch zu Lasten der Passagiere und kosten auch sicherlich zum aktuellen Zeitpunkt noch eine ganze Menge Geld. Aber es ging jetzt erstmal hauptsächlich darum, Chancen nutzen zu können. Und dann jetzt von Frankfurt aus eine Eurowings Langstrecke mit einem Lufthansa-Produkt, also mit einer Business Class, mit einer Premium Economy Class und einer Economy Class anzubieten, das ist doch ein sehr spannendes Konstrukt und es zeigt schon mal, wohin es mit der Lufthansa Group in naher Zukunft noch gehen soll. Daraus soll eine Airline-Gruppe werden, in der man Fluggesellschaften für wahrscheinlich jede Zielgruppe finden kann. Und wenn man das jetzt am größten deutschen Flughafen vernünftig und klug kombinieren kann, dann ist das, glaube ich, ein sehr interessantes, aber auch höchst mächtiges Konstrukt, was man sich da aktuell aufbaut. In diesem Sinne, bin sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Thema und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zur Eurowings Langstrecke am Frankfurter Flughafen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.